Und damit herzlich willkommen zurück auf StratocopterTV, heute zum achten Spieltag, dem vorletzten Spieltag der Hinrunde der Competitive Pokémon League, der CPL. Und ja, heute geht es ran gegen den guten Kamikapels mit seinem Team Nerf This. Ja, jemand auch eher aus der unteren Tabellenhälfte, auch ein, ja, wie drücke ich das jetzt aus, ohne gleich frech zu werden, ein eher wenig ambitionierter Spieler. Also er hat bisher eigentlich fast jedes Mal das gleiche Team dabei gehabt. Speedcreepen war nicht so, der macht das halt mehr so nebenher, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Das muss ja überhaupt nicht jeder mit dem nötigen oder dem Kampfgeist, um die Topplätze zu spielen, am Start sein. Dafür, dass er halt relativ im Standard spielt, ist er gar nicht so unerfolgreich. Wie gesagt, zwar eher bei den unteren Leuten, aber das war Ella Jay letzte Woche ja auch. Und was soll ich sagen, der hat uns trotzdem einen sehr guten Kampf geliefert. Warum sollte Kami das nicht schaffen? Und wenn wir uns mal den Kader angucken, dann gibt es einige Gründe, warum er es sogar schaffen müsste. Mit Mega Aerodactyl, ein unglaublich schnelles Mon auf seiner Seite. Latias stark. Karpels stark. Klavion nervig, nimmt er hoffentlich nicht mit, da hätte ich so gar keinen Bock drauf. Don Phan definitiv stark. Rotom Heat, ja, habe ich beim Teambuilding ein bisschen unterschätzt, aber eigentlich stark. Ja, dann haben wir Frostless, das auf Deutsch, oh Gott, Frostetier heißt. Ja, gegen meinen Team braucht er das nicht mitnehmen, aber an sich auch kein schwaches Mon. Porygon Z, ja, es hat einfach die Coverage des Todes und den Spezialangriff des Todes, demnach schadet es nie, das dabei zu haben. Äh, Bundleby sehe ich gegen mich auch eher nicht, aber hey, warum auch nicht. Ähm, ja, Morlord wird er gegen mich brauchen, einfach als Best, weil es die beste Wall ist, die er gegen meinen Garados haben kann. Und Loreblood sehe ich natürlich wieder absolut nicht. Ja, worauf habe ich mich denn beim Teambuilding am meisten vorbereitet, ist dann hier die Frage. Ähm, ja, natürlich erstmal auf Mega Aerodactyl, deswegen spiele ich leider kein Damageboostendes Item auf Victini, sondern die Chartyberry, das ist die, die Gesteinsattacken um 50% reduziert. Ähm, darüber hinaus spiele ich dann die Attacken Eiszeit eben, um Aerodactyl zu verlangsamen, für den Fall, dass wir es nicht rausnehmen können. Äh, Blauflammen, einfach, ja, weil wir hier halt wieder ein spezielles Victini am Start haben. Ähm, und den, äh, Grass Knot, den, äh, Strauchler, für Don Phan und natürlich auch für Morlord, weil, äh, Don Phan bekommt einfach deutlich mehr Schaden vom Grass Knot als vom Energieballer. Also, was heißt deutlich, aber so viel mehr, dass wir, ähm, auf jeden Fall, äh, einen Unterschied merken können. Zumal er Don Phan bisher wirklich jedes Mal als Schwächenschutz-Set gespielt hat. Ähm, ja, was sehen wir hier noch, also vom Investment her ist dieses Victini eher ungewöhnlich. Wir haben hier volles, äh, KP-Investment, einfach, um so viel wie möglich von Aerodactyl zu nehmen. Da macht eine Steinkante mit Chartyberry nur noch 50% und die zweite geht dann hoffentlich daneben. Ähm, ja, Spezialangriff haben wir sehr wenig Investment, weil es trotzdem nach Tarnsteinen reicht, alles zu Two-Shotten, was irgendwie Victini Two-Shotten soll mit diesem Set. Ähm, was halt angenehm ist. Und ja, die 180 Punkte, die dann übriggegangen sind, äh, übriggeblieben sind, sind dann in die Initiative gegangen. Dazu spielen wir das scheue Wesen, um eben möglichst viel aus der Initiative rauszuholen. Damit outspeeden wir halt, ähm, alles außer, wie Bombi, also Bundlebi und Aerodactyl und Latias. Ähm, die sind von Natur aus schneller als wir, da können wir nichts gegen machen. Ähm, ja, Garados spielen wir hier auch mit einem Frohen Wesen, einfach für Mega Aerodactyl. Sind darauf gespeedcreept, dass wir ja eben bei Plus 1 schneller sein können als dieses Aero. Ähm, das ist völliger Schwachsinn, wir müssen auf Plus 2 sein, um schneller zu sein als der Aero. Ähm, aber, äh, demnach kann ich dann ganze 116 EV in den, äh, in den, in die KP stecken. Ja, und volles Angriffsinvestment, einfach ballern, würde ich hier sagen. Dann sehen wir als nächstes Parfines. Parfines hat hier, äh, ja, auch wieder ein neues Set. Also wir spielen jetzt hier komplett physisch defensiv. Äh, ja gut, wir haben 12 EV über, die wir dann in die Spezialverteidigung gesteckt haben. Ähm, also auch eigentlich nichts Besonderes bis dahin. Wir spielen jetzt hier allerdings als Calm Mind, äh, Setupper. Mit Wish natürlich, um sich zu heilen. Mit Moonblast natürlich als Step. Was sollte man da auch sonst spielen? Und mit der Hidden Power Water, einfach damit uns Rotom nicht wallen kann. Ähm, und dass wir auch was haben, um Klefki neutral zu treffen. Äh, ja, das ist unser Parfines. Dann kommt als nächstes Snowbilly Cut. Das soll hier eigentlich, ähm, ja, das Standard-Set sein. Ist halt auch wieder ein bisschen gespeedcreept auf. Äh, Latias, äh, trägt hier die Leftovers, äh, hat die Fähigkeit, äh, Felskleid wie immer eigentlich. Ja, die Attacken auch nichts Neues. Wir haben hier den Taunt. Wir haben hier den, äh, die Abgangstirade. Wir haben hier den Schmarotzer. Und wir haben das Toxin einfach, ja, ich würde sagen, das Standard-Set. Wir wissen, was wir damit machen wollen. Setup für andere Pokémon erleichtern. Irgendwo ein Toxin draufsetzen, was uns sonst wallen oder sich selbst setuppen könnte. Und mit Taunt natürlich, äh, Hazards und Ähnliches verhindern. Außerdem haben wir damit einen schönen Donnerwelle-Switch in, äh, Klefki. Sollte er das mitnehmen. Ähm, ja, als nächstes sehen wir hier, Tentantel, äh, soll zum einen die Pilzspore von Kami, äh, also von Karpilz abfangen. Ähm, natürlich Rocken. Der Gyro-Ball macht massiven Schaden gegen Aerodactyl. Und wir spielen hier tatsächlich den, äh, Knock-Off über der Bloodgeistel, obwohl er einen Morlord hat. Einfach, weil es reicht, Morlord wieder rauszuscaren. Und da einfach mal so ein bisschen über Zeit, äh, Chip-Damage draufzukriegen. Denn, äh, Morlord hat zwar Genesung, aber es ist halt auch nicht so richtig stark gegen mich. Es wird einfach von zu vielen Monds bei mir auf Dauer zerstört. Und, ähm, ja, darüber hinaus haben wir halt auch noch die Egelsamen. Auch das wieder, um so ein bisschen das Setup für uns zu erleichtern. Mal gucken, ob es geklappt hat. Item hier natürlich, äh, der, der Boilenhelm. Einfach um möglichst viel Schaden auf seinen vermutlich Sash Karpils zu kriegen. Denn das hat er bisher, wie bei, ich weiß gar nicht, ob ich es bereits gesagt habe, aber das hat er bisher jedes Mal so gespielt. Ähm, ja, und als letztes haben wir hier, äh, Gengar. Ja, Gengar am Fokus-Sash, äh, hat hier den, ähm, den Spukball ganz normal als Step. Die Sludgewave ganz normal als Step. Ähm, hat den, äh, Will-O-Wisp, also das Ehrlicht. Einfach, weil auch das wieder gegen viele Monds schön ist. Sollte er doch mal einen Aufheber-Karpils spielen. Wenn wir das irgendwie verbrannt kriegen, bevor es vergiftet ist, wäre das natürlich perfekt. Ja, und auch hier spielen wir den, äh, Pflanzen-Move, den Energieball. Einfach, weil der Gegner zwei Monster hat, bei denen das unglaublich wichtig ist, den zu haben. Ähm, ja, hier ein ganz normales Investment. 252 in Spezialangriff, 252 in Speed. Und das Ganze mit Scheu im Wesen. Und, ja, das war unser Team soweit. Äh, und wie sich das gegen den Gegner geschlagen hatte, das sehen wir jetzt. Denn wir springen nun in den Kampf. So, nach diesem hoffentlich kurzen, äh, Kader-Video, äh, beziehungsweise Teambau-Part in diesem Video, den nehme ich nämlich heute erst vor dem, äh, nach dem Kampf auf, so rum, äh, ja, sehen wir hier auch direkt, unser Gegner leadet mit Latias. Wir leaden mit Gengar. Das ist eigentlich erstmal ein Match-Up, in dem der Gegner nicht drinbleiben will. Denn Latias, durchaus ein starkes Mon, sollte er sich hier aufbewahren. Er bleibt aber drin, bekommt nur gut 40% Schaden von unserem Spukball und schlägt ebenfalls mit einem Spukball zurück. Eventuell unseren Switch-In auf Victini-Predictant oder was auch immer. Also, ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich gehe hier auf jeden Fall nochmal auf den Spukball, denn Gengar ist jetzt in einer Range, wo ich ihn nicht mehr in die Tarnsteine rein wechseln kann. Und, ja, der Gegner revealed hier dann noch den Eisstrahl. Ähm, ja, hätte er nicht machen müssen. Allerdings habe ich auch nicht wirklich was dabei, das jetzt so besonders Eisstrahlanfällig wäre. Deswegen, äh, sei es da mal hingestellt. Ja, ich gehe hier jetzt in meinen besten Switch in Latias. Zumindest ging ich mal davon aus, dass es der Beste war. Und, ähm, ja, äh, die Psychokinese macht trotzdem, ja, auch so 45, 40%. Ähm, ja, das ist nicht, nicht ganz so cool. Wir spielen nämlich diesmal gar keinen Schutzschilder hier auf diesem Parfinesse, sondern, ähm, dafür das Gedankengut, auf das wir auch prompt gegangen sind, um hier einfach den nächsten Angriff gut wegstecken zu können. Ich dachte mir so, okay, entweder er geht jetzt raus oder er bleibt drin. Dann habe ich einen Gedankengut drin, dann kann ich ein bisschen was tanken und, äh, dann, äh, kann ich Schaden machen, so. Und, äh, sehe jetzt hier, okay, ähm, der macht viel Schaden. Allerdings nehme ich jetzt, wenn kein Crit kommt, definitiv nochmal zwei Psychokinesen bei plus 1. Kann nochmal in aller Ruhe auf den Wunschtraum gehen. Da kommt auch schon die, äh, zweite Psychokinese, die, Psychokinese. Äh, die dritte ist es ja schon. Und, ähm, ja, die nimmt uns nicht raus. 17 KP, ja, ohne, ohne Leftovers wären wir jetzt sowas von raus gewesen. Aber, ja, dafür sind wir jetzt bei plus 2 und durch den Wunschtraum auch bei deutlich mehr als 50% der Lebenspunkte. Ähm, wodurch das ab jetzt ein Matchup ist, das wirklich sehr in unserem Favor ist. Und eigentlich sollte der Gegner hier jetzt rausgehen, aber stattdessen greift er uns mit schwächeren Attacken an. Ich weiß nicht, ob er hier auf den Freeze hofft. Äh, aber, ähm, warum er da aufgehört hat, mit seinem, äh, mit seiner Step Psychokinese anzugreifen, ich bin mir nicht ganz sicher. Geh hier einfach nochmal auf den Wunschtraum. Denn Parfines war mir hier ziemlich wichtig. Das wollte ich einfach so fit wie möglich haben. Und, ähm, ja, der Gegner geht hier weiter auf den Eischale. Also, wenn er den Freeze bekommen hätte, okay, ich spiele gerade ein bisschen stallig. Äh, Karma-technisch hätte ich es vielleicht verdient. Ich, äh, hasse stall ja wirklich. Aber ich kann mich hier weiter boosten. Kann halt auch weiter, äh, meine Heilung entgegennehmen von Überresten. Und eben auch dem Wunschtraum, der sich hier jetzt zum zweiten Mal erfüllt. Und damit ist Parfines hier auf einer wirklich, wirklich guten Range. Und, äh, ich hoffe, dass es dieser Zug war, wo ich mich dann auch dazu entschieden habe, Latias rauszunehmen. Latias geht wieder auf den Eistrahl. Ähm, ja, der macht uns jetzt bei Plus 3 eher mal gar nichts. Und da kommt jetzt endlich die Mondgewalt, die halt, ähm, dieses Latias auch schon zerstört hätte, ohne irgendwelches, äh, Gebooste. Allerdings hatte ich mir gedacht, so, ja, mal... Also, es war nicht das Schlauste von mir zu boosten. Sagen wir es mal direkt, weil der Gegner natürlich noch einen Karpilz hat. So, jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Karpilz-Set spielt unser Gegner. Äh, wenn er jetzt versucht, einen Delegator aufzusetzen, so, dann hätte ich drinbleiben können. Wenn er versucht, eine Pilzspore zu setzen, ja, dann muss ich in Tentantel. Und ich gehe hier tatsächlich in Tentantel. Habe jetzt glücklicherweise noch ein sehr, sehr volles Parfines. Ähm, und, äh, kann hier jetzt in Ruhe meine Rocks legen. Denn bisher hat Kami, äh, sein Kami-Karpilz... Ach, nein, hat... Andersrum. Bisher hat Kami-Karpilz sein Karpilz immer, äh, am Sash gespielt. Und da sind Tarnsteine etwas, das er auf jeden Fall wegkriegen möchte. Und, ähm, ja, Rotom ist leider Gottes zwar ein sehr offensichtlicher Switch, in dem ich auch nicht so viele Antworten habe. Aber Parfines sollte den ein oder anderen Move tanken. Und, äh, wir sehen, ja, das macht verdammt viel Schaden. Also, wir können jetzt dank Überresten einen, äh, zweiten Donnerblitz nehmen und hier mit einer Kraftreserve Wasser noch Schaden anrichten. Allerdings ist der Gegner offensichtlich kein Gewalschalteset. Kann ja auf den Hitzekoller gehen. Und, ja... Ja, warum hier Parfines opfern, wo es doch echt relativ wichtig ist gegen, äh, ne? Also, für uns. Das ist eine gute Frage, meine Lieben. Ähm, das ist einfach das Ding. Es war jetzt low, wir haben es nicht mehr geheilt gekriegt ohne Schutzschild. Ähm, da habe ich einfach Rotom unterschätzt. Ich hätte nie gedacht, dass er ein offensives Rotom gegen mich mitbringt und dann noch nicht mal gescavft. Äh, das hat mich einfach richtig auf dem kalten Fuß erwischt. So, ähm, der Gegner geht hier jetzt, äh, aus seinem Rotom-Heat in Moorlord, um unser reingeswitchtes Victini abzufangen. Das nutzen wir gleich für den Plan, der hinter der Kombination Victini-Garados steckt. Nämlich mit der Kehrtwende hier rausgehen und, ja, Garados reinholen. Jetzt hat der Gegner einen Bedroher drauf. Das heißt, ein Erdbeben hat eine nur noch sehr, sehr geringe Chance, den Sub unseres Garados zu brechen. Weswegen ich, äh, ja, besagten Sub hier auch gleich direkt aus, äh, aufsetze. Und, ja, reinkommt Donphan. Äh, Donphan glücklicherweise ohne Robustheit dank Tarnsteine. Ähm, den Switch habe ich nicht so ganz verstanden. Ich wäre ja in Rotom wahrscheinlich gegangen. Wobei er vielleicht Angst haben muss vor einem Plus-Eins-Erdbeben. Ähm, deswegen, ja, wie war es gesagt? Ich gehe hier hinter den Delegator, kann hier jetzt eine Runde ganz ruhig tanzen. Das ist jetzt aber leider Gottes ein Punkt, ähm, ja, an dem ich noch nicht Donphan angreife, noch nicht Donphan, wenn es physisch defensiv ist, safe One-Shotten kann. Deswegen, äh, ja, gehe ich hier einfach hinter dem Delegator, äh, gleich auf einen zweiten Drachentanz. Denn der Gegner entscheidet sich hier erstmal die Steine wegspinnen zu wollen. Und ich kann hier in aller Ruhe auf den zweiten Drachentanz gehen. Damit ist es immerhin schon eine Roll von, äh, 60, 70 Prozent. Je nach Investment dieses Donphans halt, ähm, ob die Kaskade reicht. Wenn es ein offensives Donphan ist, was ja auch nicht ausgeschließend ist, da, wie man es sagt, meistens Schwächenschutz-Donphan, ähm, könnte es auch so easy ausreichen. Aber ich habe mir gedacht, so einswitchen das Erdbeben möchtest du jetzt auch nichts unbedingt. Außerdem hast du Garados jetzt schon bei Plus-Zwei, also Attacke. Und ja, damit holt Garados hier seinen ersten Kill dieses Match und Donphan ist raus. Und ja, der Gegner geht hier jetzt in Morlord, äh, Morlord natürlich mit Unkenntnis. Eigentlich ein super Hardcounter gegen jegliche Art von, ähm, Drachentänzer. Allerdings haben wir dank der Überbrückung von Garados eben die Möglichkeit, beide relevanten Fähigkeiten von Morlord zu überbrücken. Äh, ja, die Unkenntnis wirkt nicht gegen Überbrückung. Und, äh, der H2O-Absorber genauso wenig. Ja, ich gehe hier allerdings erstmal wieder auf einen, ähm, auf einen Delegator. Hatte gehofft, er geht vielleicht auf Siedewasser oder so, um den Switch in, was weiß ich, äh, Sinn machen würde. Ja, in diesem Fall, äh, Snobili-Cut zu flicken. Macht er allerdings nicht. Er geht hier straight aufs Erdbeben, bricht leider unseren Sub und, äh, ja, geht nochmal aufs Erdbeben. Und, ähm, ja, ich habe mir nur so gedacht, heiliger Kumis, was ist das für ein Schaden? Aber, ja, das ist der Crit des Todes, so etwa. Äh, sollte er irgendwie noch die Tarnsteine rauskriegen, ist Garados damit absolut nutzlos. Und, ähm, deswegen werde ich jetzt gleich einen Play machen, der, ja, im Nachhinein betrachtet, nicht der schlauste war, den ich hätte machen können. Auf jeden Fall, Morlord nehmen wir hier auch noch raus, relativ easy. Der Gegner geht hier in Karpels und ich habe mich hier entschieden, äh, meinen Garados zu opfern. Denn mit, ja, wie war es gesagt, 14 KP. Ich kann da nichts mehr machen. Äh, der bessere Play wäre definitiv gewesen, hier jetzt auf Tentantil zu gehen, ähm, seinen Rotom rauszulocken. Und, äh, dann einen, äh, Double in Snobillica zu machen und Toxin zu drücken. Das wäre hier der Play gewesen. Ja, haben wir nicht gemacht. Wir haben Garados down gehen lassen. Konnten allerdings noch massiven Schaden auf Karpels machen, weil Karpels hier, beziehungsweise weil Kami hier, einfach mit dem Switch Out auf Victini gerechnet hat. Dem bekommt er allerdings nur als Revenger und somit holt sich Victini hier auch noch einen Kill ab. Äh, nach dem letzten Match war das auch bitter notwendig. Und, ja, da kommt Rotom Heat rein. Und Rotom Heat ist einfach etwas, das ich nur sehr, sehr schwer handeln kann. Äh, ich hatte jetzt einfach den Plan, hier mit der Kehrtwende rauszugehen. Dann mein, ähm, mein, äh, Tentantil zu opfern. Äh, dann mit Snobillica reinzukommen, Toxin zu drücken. Ähm, dann wieder zurück auf Victini zu gehen, mitsamt Abgangstirade. Weil dann sollte ich auch die eine oder andere, äh, Finsteraura tanken. Ähm, und vor allem, weil der Gegner hier jetzt nochmal auf den Hitzekoller gehen muss und Tentantil rauszunehmen. Das heißt, der Gegner wäre dann bei minus drei Spezialangriff. Und dann würde Victini das Ganze ein bisschen tanken. Würde dann halt gegen, ähm, ja, gegen, ähm, ja, entweder gegen Rotom so weit noch Schaden machen, dass es so gut wie tot ist. Und Snobillica hat das mit einem Schmarotzer eben erledigt. Oder dass Toxin das schon macht. Und dann hätte ich das Matchup, ähm, ja, Snobillica gegen Aerodactyl. Das ist ein, ähm, ist ein Matchup in unserem Favor. Aber, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich mir das Team gennen lassen. Und habe es nicht nochmal überprüft. Und anstatt der Überreste trägt unser Snobillica hier die Offensivweste. Ja, und das ist leider Gottes echt ein bisschen fatal, wenn man, äh, drei Statusmoves drauf hat. Äh, ich kann hier also wirklich nur den Schmarotzer drücken. Das ist hier in diesem Moment meine einzige Alternative. Und da der Gegner bei Minus 2 ist und wir nur Offensivweste tragen, ist das halt auch eine Art und Weise, dieses Matchup zu gestalten. So, wir können hier nochmal auf den Schmarotzer gehen. Macht ganz guten Schaden. Leider Gottes hat der Gegner halt den Leitteiler drauf und kriegt unser Snobillica damit in eine Range, die ich absolut nicht schön finde. Das ist nämlich eine Range, in der wir auch absolut nichts mehr denken, dass uns Aerodactyl entgegenwirft. Denn Aerodactyl ist offensiv halt stark. Das kann man einfach nicht anders sagen. So, auf jeden Fall kriegt hier Snobillica den verdienten Kill noch gut geschrieben. Und wir stehen hier jetzt mit einem quasi nicht mehr existenten Snobillica gegen ein Aerodactyl. Wir könnten jetzt natürlich noch darauf hoffen, dass die, äh, Steinkante von Aerodactyl daneben geht. Weil wenn wir einen Schmarotzer hier anbringen können, gewinnt victim dieses Match safe. Ähm, und das wäre eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten ist das so ein bisschen Roll- und eventuell Crit-abhängig. Und ja, wir sehen, der Gegner lässt hier nichts anbrennen. Geht direkt auf seinen Erdbeben. Das reicht natürlich, um die letzten 30 KP von Snobillica rauszunehmen. Ich hätte es natürlich gefeiert, hätten wir hier mit einem KP überlebt. Aber, ähm, ja, Pustekuchen. Und ja, Victini ist leider Gottes so ausgelegt, dass es mit Eiszeit das Aerodactyl two-shotten kann nach Tarnstein. Ja, Tarnsteine sind aber leider Gottes weg. Wegen des merkwürdigsten Plays aller Zeiten, nämlich gegen einen sich boostendes Mega-Garados, erstmal auf den Turbo-Dreher gehen. Und, ähm, ja, deswegen machen wir dem hier nur so 35-40%. Droppen jetzt seine Initiative um eine Stufe. Was bedeutet, wir können nochmal schneller angreifen. Äh, und können hier noch eine zweite Eiszeit einsetzen. Die könnte jetzt natürlich critten. Tut sie allerdings nicht. Stattdessen, äh, kommt der Gegner hier mit seinem dritten Erdbeben in Folge und macht mit dem dritten Erdbeben den zweiten Kill. Victini damit leider raus mit nur einem Kill, aber immerhin immer noch besser als letztes Spiel. Und, ja, wir verlieren dieses Match ganz knapp 0 zu 1 gegen Kami. Ähm, an dieser Stelle erstmal GG an dich. Ähm, ein, zwei Plays dabei gewesen, die, ich sag mal, schwer zu predikten waren. Ähm, aber ich will damit überhaupt nicht sagen, dass unser Gegner hier den Sieg nicht verdient hat. Äh, Rotom Heat hätte ich mich einfach noch besser drauf vorbereiten müssen. Äh, beziehungsweise auch ein offensives überhaupt ins Auge fassen. Ich hatte halt eigentlich gehofft, Rotom Heat wäre Setup-Forder für, äh, unser Parfines. Es ist leider Gottes nicht dazu gekommen, deswegen geben wir hier leider Gottes die Chance auf den zweiten Platz, äh, zur, äh, Sommerpause so ein bisschen hin. Äh, hinten, ich meine weg. Da, äh, ja, wir jetzt wieder ein Sieg hinter Maxu sind, sollte er diesen Spieltag gegen Simon gewinnen. Und selbst wenn er den verliert, sind wir dann, äh, dank der Differenz immer noch dritter. Äh, äh, Lord Enz kann uns nicht einholen, glücklicherweise. Also, äh, der dritte Platz ist uns bisher sicher. Ähm, ja, ein Spieltag. Er kommt noch und der geht dann gleich gegen den Ersten, der eben bisher bis zu diesem Spieltag noch nicht ein Match verloren hat. Wie war es gerade? Er muss jetzt gegen Maxu, den derzeit Zweitplatzierten. Das wird auf jeden Fall ein heftiges Match. Würde ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Vor allem, äh, Maxu hat das wirklich verdient. Der hat einen sehr, sehr kleinen Channel, aber sehr, sehr sympathisch. Äh, macht ein gutes Commentary, hat eine angenehme Stimme. Schaut da bitte doch mal rein, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch noch einen Pokémon-Kampf mehr anzugucken heute. Und, ähm, ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir sehen uns dann nächste Woche hier wieder zum Kampf gegen den Spitzenreiter, bei dem wir dann, ja, zumindest unseren dritten Platz verteidigen können. Denn, ja, Lord Enz muss gegen Maxu ran. Und für den Fall, dass Lord Enz das gewinnt, eventuell haben wir sogar noch Chancen auf den Zweiten. Vielleicht habe ich gerade die ganze Zeit Quark geredet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Nächste Woche der Dritte gegen den Ersten. Eins der Spitzenspiele dieser Season. Und deswegen sage ich euch, wenn ihr da Bock drauf habt, nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle. Wir sehen uns. Wir sehen uns.